Hallo und herzlich Willkommen an Bord bei eurem Griffbrett-Kapitän. Die Tage werden schon wieder kälter, kürzer und nasser. Was gibt's da schöneres als drin zu sitzen in der schönen, guten, warmen Stube mit einer schönen, guten, heißen Tasse Tee oder einem schönen, guten, heißen Kakao. Auch dieses Jahr habe ich wieder ein Weihnachtsliederbuch geschrieben mit 18 Weihnachtsliedern, dieses Mal für Gitarre so. Wie du dieses Weihnachtsliederbuch bekommen kannst, siehst du da unten in der Videobeschreibung. In dem Video siehst du immer im oberen Teil mich, wie ich das Lied spiele und im unteren Teil die Noten und Tabulatur dazu. Im Notentext siehst du Noten mit den Hälsen nach oben und Noten mit den Hälsen nach unten. Die Noten mit den Hälsen nach oben sind die Melodie. Die werden immer mit Wechselschlag gespielt. Das heißt, Zeigefinger und Mittelfinger wechseln sich immer ab. Die Noten mit Hälsen nach unten sind die Begleitstimme oder Bassstimme und die Zupft der Daumen. Die Melodie kannst du natürlich auch alleine spielen. In diesem Video präsentiere ich Wir wünschen euch einen Merry Christmas. Viel Spaß damit. Eins, zwei, drei, zwei, zwei. Bis zum nächsten Mal. So, das war es leider schon wieder für heute. Ich hoffe, du hast einiges gelernt in diesem Video und hattest viel Spaß und konntest vielleicht das Lied schon mitspielen. Wenn nicht, probiere es einfach nochmal von vorn oder probiere es mit dem nächsten Lied. Und denk dran, bei YouTube gibt es da unten die Funktion, wo du das Video auch langsamer machen kannst. Vielleicht hilft es das. Ich würde mich sehr über ein Like für dieses Video oder sogar ein Kanalabonnement freuen. Und wir sehen uns demnächst. Bis dahin eine schöne Adventszeit. Dein Captain Fredbott. Ciao.